Was sind das für ein Schisser? Alter Falter! Na ja, glaube ich nicht. Erstmal wirst du sterben. Die Nerven dort. Wirst du hier oben stehen, kann ich nicht sagen. Wir haben gerade kaum noch Munition. Wir müssen auch schon mal ein bisschen Munition sammeln. Weil die Dings hier abgesägt. Ah ja. Also Galastikov? Nö, die nehmen wir jetzt nicht mit. Wir gehen auch schon mal hier hinten rein und holen uns das hier. Und dann noch ein bisschen Munition. Und wir schauen mal auf die Überwachungskameras. Aha. Sieht alles ganz friedlich hier aus. Da sieht's auch gut aus. Da sieht's auch gut aus. Und das ist ein Stuhl. Ja, wir werfen mit dem Klappstuhl. Ach, ich hab gar keinen Klappstuhl mehr. Das ist ja zerkrammierend. Nehmen wir den Hals in der Halskiste. Und zappterab war's dunkel. Im Gemunkel oder so. Ach, wenn wir das im Dunkeln bleiben müssen. Na, na. Na komm, wo sind die Nächsten von euch? Warte los. Ach so. Okay. Da kommt mal nix raus. Exit kann man sehen. Uh, ein unzerstörbares Exit-Schild. Mhm. So, wir sind also jetzt hier in irgendeinem komischen Gebäude. Ne, wir sind jetzt schon wieder draußen aus dem Gebäude. Und klettern erstmal aufs Dach, wo wir wahrscheinlich wieder mal Mütterspor vor die Mütze kriegen werden gleich. Nee. Wir können erstmal wieder Talente kaufen. Na, guck mal, was wir uns für Talente holen können. Hm, was tun wir denn hier? Bringt mehr Gesundheit beim Fressen vom Herzen. Äh. Ja, das können wir mal. Mehr Gesundheit ist immer gut. Oh, das sieht ja munitionstechnisch gar nicht gut aus. Hey! Gut, die auch irgendwann mal keine Munition mehr haben. Hm? Ah. Ah, da ist er. Hm. Ja, echt? Na, und dann wollen wir mal wieder unsere Spezialfunktion haben. Und die könnten erstmal ein Niederplatz. Hahaha. Na, wo ist noch einer? Ja, da ist noch einer. Ach, Mist, da war es schon wieder vorbei. So. Ja, glaube ich. Ich muss sagen, dass wir den durch die Wand schießen, ist schon ein sehr interessantes Spielchen. Nein, bin ich nicht. Ah, bist du denn? Echt? Woher denn? Was war das jetzt eigentlich nicht gedacht? Ich besandere mir erstmal wieder die Schrotflinte, weil mir uns langsam die Munition ausgeht. hmmm ja so jetzt denken wir dann haben wir wieder mal ein Stück rennen müssen na das war doch agarambomäßig oder was seid ihr denn hier hier unten na ne die Küste nehme ich glaube ich nicht wieder mit rum ah ja so da lang müssen wir also jetzt nicht ich muss gucken wo hier die ganzen Götten sind werden die sterben was haben wir jetzt hier auf finde den Generator um die Lichter aufs Dach auszuschalten uuuuh noch Sprengstoff ich hab Sprengstoff gefunden oder irgendwas naja den Dinger können wir nicht mitnehmen ah ja das ist also jetzt hier das Dach und da sind die Lichter das heißt wahrscheinlich wieder dass das gleiche mörderischen Ärger geben wird uuuuh das ist ja wirklich krass hell beleuchtet hier ok ok aha 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 poh haben wir mal in einer kleinen woher die äh Generatoren sein sollen ja einfach eigentlich bloß mal auf dieses Dings da drüben feuern doch nicht mal wo wir was damit irgendwas hinkriegen hier ja ok ok wo sollen nicht die Generatoren hier sein na na alle Häpfer alle Häpfer alter wo soll ich denn hier hin rein bitte schön naja und dann wird wohl schlimm enden hier und eins einfach mal drauf zu eins zwei drei Und daaaag! So! Ah Mist, ich hätte mich heilen sollen. Na gut, egal. Ich habe trotzdem noch nicht die Generatoren gefunden. Ich sage, muss man hier liegen. Das... Oh! Gut! Ah! Da ist doch noch Hallo! Bumm! Und da muss ich das Licht aus! So, dann gucken wir mal, ob wir auf dem Dach noch... Uhlala der! Hast du im Ernst geglaubt, dass das funktioniert? Du reißt ihn in Stücke, Bull! Ach! Hä? Ah, da hinten... Uhlulala die Waldwehr! Okay! Ach! Na gucken wir mal, ob hier hinten noch was drin ist. Aber ich denke mal, eher nicht so wie es aussah. Gut dann! Na, na! Là... doch... 就 Adrian, du... Ach! Wir sehen uns alle zurück... Ah, da... Ah, warte mal, warte, warte, das war, das muss eigentlich blödes. Warte mal kurz. Ah, stirbt man nicht. Ah, und das ist einfach mal draufgerannt. Oh, na, Attacke. Ach, du bist nicht so bescheußen. Da. Ah, stirbt du, Künter. Na. Alter. So, ich würde sagen, da warten wir mal, bis die Kanalyse gedöhnt sind. Und dann stirbt man einfach mal. Hey. So. Hey, 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 hey. So, damit hat man schon wieder, hat man schon wieder aufgeladen. Was haben wir denn jetzt überhaupt hier im Angebot? Ne, ich würde eigentlich zuerst solche Dinge haben. Ah, Stryker. Ne, ja, ne, und was habe ich jetzt gemacht? Ist jetzt zuerst Stryker? Ne, das war auch nicht, dass wir schauen wollten. Ach, das ist nicht so einfach. Was haben wir denn jetzt hier? Ne. Können wir jetzt ein Sturmgewehr halten? Ach, ja. Mann, du. Ne. Okay. Wie auch immer. Ah, ne. Das wollen wir nicht mitnehmen. Licht wo? Ne. Gott. Munition, Munition. Ich brauche dringend. Munition. Aber wenn du wüsst, der Stall angeht, da kommen wir nochmal draußen nach. Aber ich glaube, hier draußen dürfte eigentlich nichts mehr sein. Ah, das. Oh, ja, hier war. Kling, kling. So. Ja. Schon besser mit etwas mehr Munition zu kämpfen gehen. So, dann wollen wir mal. Ah, wo bist du, Kleiner? Da bist du. Na? Da, vom Wiederspiel. Vielleicht haben wir keine Munition hier gekriegt. Ist natürlich auch geil. Wo soll ich denn jetzt lang? Hier lang, mal gucken. Jetzt sind wir hier schon mal auf dem Dach. Ach, ach ja, gucken, ob hier ist der eine Kunde gewesen, der mich abgeschossen hat. Und hier muss dann der andere gewesen sein. Wäre natürlich ja praktisch gewesen, wenn die... Was? Was willst du jetzt von mir? Das ist das Weg durchs Tor-Elfchen. Ah, ja. Na gut, das lohnt sich ehrlich gesagt nicht. Aber wir können ja einfach mal... Den könnten fehlen. Boah, den haust du da hinten durch die Botanik. Na, na, na. Wo bist du? Komm. Kling, gefehlt. Und Kling, auch gefehlt. So. Ach, den hat es ein bisschen hochgeschmissen. Das ist ja mal geil. Ja, echt. Bist du da jetzt ganz alleine draufgekommen? Ähm, ja. Dann wollen wir einfach mal herunter und mal gucken, was passiert. Ja. Nein, 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 nein Das ist gleich gar nichts mehr. Das habe ich noch gesehen. Was ist los?